Halli-Hallo! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tourmarkt Simulator mit eurem Stars Star Wars. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge. Wir legen euch gleich einmal los. Wir werden schauen, dass wir heute noch ein richtiges Geld verdienen. Garten? Gibt's der? Garten? Guck mal ganz kurz. Achso, genau. Oh, das soll ich ja machen. 20 Euro brauche ich dich für. Okay, 27 Euro brauche ich. 25 Dollar für bisherige Rücken. Guck mal, dass wir kommen hier hin. Dann nehmen wir immer noch Frauen, dass immer alles drin gefüllt ist. Das ist egal. Ich weiß nicht, ob wir hier ein paar mal reinstehen, weil das relativ schnell ist. Theoretisch könnte man das machen. Erstmal Lobpapier hier. Ja. Oder okay. Ähm. Lassen wir mal lieber erstmal. Ich will versuchen erstmal die Nutz. Okay. Nicht überhaupt. Okay. Alles klar. Aber hier ist die Spur hat. So. Okay. Aber doch egal. Auch ist gerade noch nicht. Kann man bringen. Erstmal noch weg. Einen. Einen. Kopfpapier ist unter alles. Aber doch. Auf alles. Wie schnell, dass das Klo Papier das ist. Alles. Das ist nicht zu oft. Jetzt sieht's schlecht aus. Dann werden wir es so machen, dass ihr Teiling abbezogen habt, weil ich das Geld dafür habe. Ich hatte den größeren Instrument, dass ihr schlagen kann. Ja. Ja. Das wäre ja dann relativ praktisch zunimmt. Und ja, mal schauen sich das an. Ja, aber einfach brauchen wir halt. Ein bisschen abgezahlt, aber da hätte ich ja wieder das hier. Will ich halt nicht. Das ist ja frei und der muss erstmal abgezahlt werden. Den will ich auch erstmal abbezahlen. Überhaupt nicht. Dann haben wir ja einen Kuh. Marty. Marty-Reihe. Ist noch was? Er. 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 Füllt aussehen. Da wissen wir halt ok, ist jetzt immer was da. Da drückt der Hände dort. Das Regal hat immer gefüllt aus. Was haben wir so teuer? Was hast du für ein Problem, Junge? 3,50. Junge, mach dir in die Hosen. Gott. 2,50. Anleife. Junge, Junge. Ja, macht sich da ins Hemdchen. Schlimmeres, Junge. Das ist ja noch harmlos. Gott. Martin. Oh. Danke. Ja, das war echt gut. Und deswegen bei... Ja. Ja. Schön. Ein bisschen... Saft. Einmal... Einmal... Das. Saft. Einmal Kürsch. Einmal... 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 Club... Das. Ich... Im... Drück... Es wird noch Club Papier gehabt... Wärtslich gesagt. und hier einmal papier noch einmal auf die liste dann haben wir mich alles gute teller einmal einmal aber ja natürlich dann herr machen wir ab bis die kunden noch durch sind und dann beenden mal den auch noch brauchen haben wir nicht an macht ihr doch nicht an das habe ich junge Ok, alles was wir da haben, füllt er ja für uns zu. Ich brauche es jetzt eigentlich nicht zu kümmern. Ender. Tag beenden. Mit schauseln. Na gut, es wird wahrscheinlich... ...wahrscheinlich den Kredit dazu. Dadurch hast du wahrscheinlich dieses... ...tausend. Dann... ...gebe zumindest Sinn... ...das... ...kur plus. So, an jeden Tag... ...hab ich noch nie an einem Tag... ...tausend Dollar oder so eigentlich. Das habe ich noch nie geschafft. ...das wir schaffen... ...binde... ...nummer... ...den Tag ein. Das wäre mir auch wirklich... ...neu, dass ich so... ...dach geht's voll. Gut. Apfel. 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 Verwaltung, Rechnung, Wachstumabschnitt, 4 Jahre Abschnitte. Warum eigentlich auch noch? So, das sieht aus, 10,5K, ungerechnet, oh, ist das dumm, jawohl, 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 das machen wir, so gut, zuckig, das ist, ich weiß mal, was da ist, also ein Kühlschrank, 1, 2, 4, 5, 6, 5 Sachen, so geht's, Vogel, 2, 3, 3, 3, und, Hütten ab. So. 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 So geht's, glaube ich, am besten. So. 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 Das ist noch ein bisschen optimiert. Ja, nicht. Dann muss ich... Get out. natürlich alles noch um das ist klar aber muss ich gucken irgendwie unterbekommen Huh? Einmal! 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 Oh! 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 Versuch oder gemacht dein Gehalt? So! Oh! 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 das räume ist noch ein da wäre einfach die folge das ist ja krass hey so geht das betrino berlinger aber hier alles damals schon mal wieder gemacht da kann man sehen 83 machen wir trotzdem in dollar in all war so empfiehlt da 1 2 ja Oh ja, guck mal, das ist auch kühl. Das ist lustig, das ist alles folgendes einzig. Das wird noch lustig werden, definitiv. Das ist lustig. 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 Gut. So kann man es auch machen. Ja, das ist genug. Gut. Dann werde ich an der Stelle die Folge geben. Ich hoffe ihr hattet viel Spaß gehabt. Auch wenn die Folge etwas geworden ist. Und dann geht bei der nächsten Folge weiter. Ich werde vielleicht noch ein bisschen Auflage spielen. Noch ein bisschen Geld verdienen. Und die Gase füllen. Und ja, bitte hin. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine Zeit. Wenn wir auf jeden Fall neu gewogen sind. Lasst euch einen Werken. Und lasst gerne ein Like, ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Ja, das ist der Tag. Tschau! 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 Wir geben euch mal. Bis! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.